Ja hallo liebe empathische Partner, hallo liebe Freunde, hallo liebe Wutböckenden Follower. So, jetzt erzähle ich euch mal etwas, ne? So, mal das Mikrofon ein bisschen richten, ne? Jetzt erzähle ich euch mal ein Geheimnis, ne? Darf ich kein erzählen, ne? Übermorgen, ne? Am Freitag habe ich Geburtstag. So, da werde ich 43, ne? Aber, da startet auch Promi-Big Brother, ne? So. So, ich werde nämlich jetzt morgen mal nach Köln fahren, deswegen, ne? Da haben sie ja dieses Haus aufgebaut, ne? Und, ja, so wie es aussieht, ne? Bin ich Ersatzkandidat vom Ersatzkandidat vom Ersatzkandidat vom Ersatzkandidat, ne? Das heißt, wenn sich da einer was tut, der dann ein anderer irgendwie sich auch was tut, der andere dann irgendwie nicht mehr kann und raus will, dann bin ich auch bei der Promi-Big Brother mit dabei, ne? So, da will ich nicht erzählen, ne? Sonst werde ich ja Vertrag prüfe ich mit Sat.1, ne? Oh, oh, oh. Ah, ich erzähle euch das jetzt mal trotzdem, ne? Stell dir mal vor, ne? Meine Nummer 0138 5 0 0 4 9 4 9 0 8, ne? Meine Durchfall ist die 0 8. So. Ich habe hier schon so viel erzählt. Ja, scheiße, ne? Egal, scheiße, konventionale Strafe, ne? Ihr soll es als Erster fahren. Ist so.